Okay, wir machen jetzt die Mainquest weiter. You know my name. Wir gehen in die gefluteten Tunnel, aber vielleicht verkauf ich wohl noch ein bisschen. Ich hab hier so lauter Zeug. Was man mal verkaufen kann. Ich weiß nicht, was der Druck ist. Ich hab immer noch gute gebrauchen. Was für ein Saustall. Wie weit am öffnen? Drei. Ich glaub, man hat ja mindestens fünf von Anfang an in jedem Wert. Reed, hörst du mich? Bin jetzt im Gang. Laut und deutlich. Bin auch in Position. Oh, stimmt. Ich muss den Tauchanzug anziehen, sonst stirbt die. Abwasserresistent. Ah, ja. Geilisch. Ich bin im Wasser. Gut, such einen Weg zur anderen Seite. Ich erkunde bis dahin die Gegend ums Hotel. Henson hat bestimmt die Tunnel fluten lassen. Haben wahrscheinlich nicht genug Leute, um alle Eingänge zu bewachen. Kann schon sein. Ich hab eine Mine. Ich hab eine Lücke in ihrer Abwehr gefunden. Sollte gleich drin sein. Out. Das ist immer wenigstens nicht so, ne? Gut, dass ich keine Platzangst hab. Das ist immer wenigstens nicht so, ne? Gut, dass ich keine Platzangst hab. Das ist immer wenigstens nicht so, ne? Ich hab jetzt die Patrouillenrouten im Kopf. Kann mir ungesehen einen Weg fahren. Das ist einfach ein Auto. Oder? Doch, das ist ein Auto. Oder soll ich an meinem Van? muss ich hier unten weiter oder nicht hier oben, wahrscheinlich, ob wir es lieben ein lötkolben Da kann man doch easy dran vorbeischwimmen Bei der Explosion würden wir trotzdem hören Ach gut, ich kann jetzt das Inventar öffnen, das ist neu So, jetzt muss ich mal kurz gucken, kann ich hier die eigene, ah, die kann ich sogar verbessern Das war hier meine Ermittlungen zu bringen Rückstoß, Schlaf auf Querschläger, Bonus Krust bei der Pistole wichtig Ich glaube, hier gebe ich noch so ein cooles Desir Herr Merges, die habe ich natürlich dahin gelassen Die Möglichkeit weiter zu kommen Das klappt mir gerade auch Irgendwas Das ist eine Seite So Sieht sogar ganz schick aus Einfach nur für den Fall, dass ich eine Schalldämpfer brauche Eine Eilung weh Lass die Plattform runter Okay, bin am Außenposten vorbei Nädere mich dem Lagerhaustur Ja Jetzt ziefern sie Tunnel ein Ich glaube, ehrlich, den hat man doch, oder? Bist du sicher, dass es im System ist? Dann ist es nämlich gestohlen Scheiße, oder ich bin blind B, noch da Ja Bin am Tor zum Lagerhaus Du musst das Gebiet sichern Und das Tor von innen öffnen Wer hat der Eindruck? Wobei, die sind jetzt tot, ne? Wo bist du, Reed? Hm Das Wichtigste habe ich gesagt Wir müssen noch heute Nacht weg Sag ich doch Der Boss hat's bei mir gefunden Wenn wir nicht abhauen Aber das muss geliefert werden, Tchum Aber das muss geliefert werden, Tchum Also, wo ist... Irgendwas von Interesse gesehen? Alkoholkartonschut Steuern kassiert? Na klar Ah, da bist du ja Wir haben dich in den helfteten Doktor Dich persönlich eingeladen habe Ihr seht's auf Was? Ein Tor Zwei Wachen Um die kümmere ich mich Mach mir nur das Tor auf Habt ihr keine Einladung? Dann bekomme ich ihn nicht wieder raus Wenn ihr wisst, was gut für euch ist Ende der Durchsage Hallo Doktor Ihr spricht Curve Hance Für die Cyber-Style der ohne Registrierung in Longtown-Lock gekreuzt ist Wurde das Kaudo ge- Oh Wie komm ich wieder raus? Boah, nice Au Komponenten noch hier So Cool Hoop ich hab die Hallo Ich will trotzdem immer noch raus Of ich muss hier das Eingangs veröffnen kann das sein Was ist das für Zivilisten? Muss ich das über die Kameras machen oder muss ich das hier... Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Oh, ich kann die Mech wegnehmen. Was? Was? Hm. Ich kann Powersprung. Ah. Ja, okay. Okay. Hier ist 55. Oh. 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 Okay, ich hoffe, es war kein Ding, dass die mich gesehen haben. Warum auch immer wie halt einfach da runter gesprungen ist. Ich bin nur nach vorne hingegangen. Oh, das hacken wir noch. Oh. Dies ist kein Ding. Ähm. Idee. Ein D. Ein D. Ein D. Ein D. Aufgepasst. Wir sind jetzt in der... Kann ich das nicht ändern? Ich kann ihn... Ich kann ihn... Ich muss ihn dauernd ziehen lassen. Hast du Angst vor ihm? Hanson, der Mann hat in den USA und Night City mehrfach den Mittelfinger gezeigt. Dafür sollte er schon seit Jahren tot sein. Stattdessen gehört ihm ein ganzer Bezug. Also hast du Angst? Das ist Hansons Revier. Er hat hier die Oberhand. Das ist einfach eine Tatsache. Geht mir deshalb der Arsch auf Grundeis? Bestimmt nicht. Okay, such dir einen Ort von dem aus du mich sehen kannst. Neutralisiere alle Bedrohungen. Ab jetzt ruhig. Ja. Und wenn du Angst vor dir bist... Das war ein Rohr. Gib mir Deckung. Du bist in bester Jagdposition. Neuer Benutzer entdeckt. Kalibrierung läuft. Feuermodus inaktiv. Bin in Position. Siehst du mich? Hab dich. Und was jetzt? Wir machen das schön still und leise, klar. Wenn du Wachen vor mir siehst, gib mir Bescheid. Keine Sorge, Boss. Zur Not hat das Gewehr einen Schalldämpfer. Ich seh mich besser um. Mine, gleich um die Ecke. Gut gesehen. Wäre mir nicht aufgefallen. Da sind einige Wachen auf dem Weg vor dir. Verstanden. Wir erledigen sie nacheinander. Wir müssen nicht wissen, dass wir hier waren. Das kann ich gar nicht scannen. Viele Kameras. Sollte Zugriff haben, sobald das Scharfschützen nicht kalibriert ist. Gut. Die könnten nützlich sein. Ich bin das auf uns. Ah, das sind Geschütztkirme. Ich baue dir eine Brücke. In der Nähe ist ein Wartungsaufzug. Mit dem fahren wir hoch. Aber erstmal muss ich hinkommen. Gib mir Deckung. Kalibrierung abgeschlossen. Feuermodus aktiviert. Vergiss nicht. Der Gang ist vermied. Sonst ist die Luft rein. Verstanden. Ich gehe weiter. Hier geht er ganz lässig rein. Kein Problem. Aber wenn ich da versuchte, die Mine. Eine Tsunami zu Shigumo. Kann ich auf Erbündet stellen. Mine entschärft. Weiter geht's. Ich sehe nichts. Ist um die Ecke irgendwas. Kann ich weiter. Kannst du mir ein Ruhi leihen? Leider nicht, Shigumo. Ich bin auch komplett pleite. Hm. Dann müssen wir wohl mal eine Runde um den Block drehen. Ab jetzt ruhig. Ich gehe weiter. Bewegungssensor. Kann ich nicht umgehen. Kümmer du dich drum. Okay. Bewegungssensor. Wie soll ich mich da umziehen? Es ist eine die Umgebung. Wir brauchen eine Stromquelle. Ich sehe einen Generator. Schalt ihn ab. Sensor ausgeschaltet. Oh. Sehr gut. Weiter geht's. Minengift-Explosiv. Ja. Mit dem Überwachungssystem. Dahin. Ah, die würden mir auch. Ich brauche Hilfe. Du nimmst die Wache links und ich die hinter der Wand. Freie Schussbahn. Auf mein Signal. Drei. Zwei. Eins. Er ist einfach durch die Wand gebrochen. What the fuck. Gut gemacht. Weiter geht's. Ich mach dir gerade auch mehr. Hey, was ist der Unterschied zwischen dem Scare von der Zwiebel? Äh, keine Ahnung. Beim Scare musst du dich heulen? Ich bin ja. Du bist der Unterschied zwischen dem Scare von der Zwiebel. Ich bin ja. 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 Ich kann den Dude hacken? Ich kann den Dude hacken. Ich kann ihn halt nicht sehen. Warte, da ist er ja. Ich muss mir kurz durch. Die, die, mein Patronen sind auf dem Weg zu dir. Schalte sie schnell aus. Neu von mir! Wieso rennt der halt auch einfach in die Patrouille rein? Er kommt so die Treppe, er sieht wie die Dudes aus ihm aufzukommen. Er rennt einfach rein. Ich hab halt das Gefühl, dass es einfach geskriptet ist. Unterstützung! Sofort! Gegner erledigt. Ich geh rüber zur Brücke. Oh nein! Ich lass jetzt die Brücke runter. Los! Wir haben das wie zwei Anfänger versaut. Aber jetzt ist es eh zu spät. Komm mit. Zum Aufzug. Fast geschafft, V. Na endlich! Du siehst ein bisschen blasser aus. Du siehst auch nicht so toll aus, alter Mann. Letzte Mission ist schon länger her, hm? Ich bin vielleicht nicht mehr jung. Aber ich hab die wertvollste Waffe überhaupt im Arsenal. Dein echt geiler Ledermantel? Nein, wie? Erfahrung. Dein echt geiler Ledermantel, ok. Auf wie vielen Missionen warst du? Ungefähr. Deutlich mehr als dein alter in Jahren. Aber jetzt überfallen wir die Party eines ruchlosen Diktators. Dem wir seinen wertvollsten Besitz klauen wollen. Sein Winkvogel. Sein Winkvogel.